Guten Tag, ein sehr schönes naturnahes Video, vielen Dank dafür. Ich möchte jedoch für zukünftige Projekte anregen, dass folgendes volkstümiges Liedgut und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir da bereits zu Grundschulzeiten indoktriniert wurden, dringend einer Überarbeitung bedarf. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Guten Tag, übernehmen Sie, sofort. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist ne ganz platzente Frau. Meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, Revolver, Revolver. Meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, meine Oma ist ne ganz platzente Frau. Meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, meine Oma ist ne ganz platzente Frau. Meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, meine Oma ist ne ganz platzente Frau. Meine Oma hat den Strumpf an den Revolver, meine Oma ist ne ganz platzente Frau. Meine Oma hat ne Klatze mit Geländer, Geländer, Geländer Meine Oma hat ne Klatze mit Geländer, meine Oma ist ne ganz patente Frau